Ich glaube ich bin hier fast entgegenlang. Ach, die Kamera ist irgendwo an? Oh, das ist schon an. Oh mein Gott. Hallo und herzlich willkommen, Kollegen, Freunde. Ja, ich hoffe, ich habe das gar nicht mitgegeben, aber ich habe ja die Aufnahme von der Garte. Okay, dann gucken wir jetzt mal rein, ich hoffe, los geht's, liebe Freunde. Jo, heute im Job haben wir dieses Bundle vor... ...1500 W-Bach, weil ich bedürfte Garte und die Waffenlackierung. Und man bekommt da auch einen Lego-Charakter, liebe Freunde. So, gerne haben wir hier gegen den Charakter von 1200 W-Bach. Mit einem Lego-Charakter dazu und noch einen Rückennachle-Fahrer. Und hier gibt es Karte vor 500 W-Bach. Dann haben wir hier vor 500 W-Bach. Den Hengel-Galke W-Bach. Dann haben wir vor 1200 W-Bach. Gegen Krissi-Charakter. Lego-Bajanka und der Real-Bajanka und Rückennachle-Fahrer. Natürlich, das ist immer noch drin, das war auch gestern schon drin. Immer noch gar, war gestern schon gar, Leute. Und dann haben wir hier Kurik bekommen. Es ist wieder gar, wie vorhin geht. The Walking Gag. Da-da-da. So. Das hier, das Spanke bekommen wir vor 1900 W-Bach. W-Bach. Mit Hengel-Galke noch und Durchkacke. Eigentlich kommt der 1500 W-Bach. Durchkacke 500 W-Bach. Hengel-Galke 800 W-Bach. Hengel-Galke hier trauen 1.2t. 2化. 2500 W-Bach. Denn hier haben wir hier 1.2t. Hengel-Galke noch die Körse von 1500 W-Bach. Hengel-Galke noch mal, 1080 W-Bach. Hengel-Galke noch die Musik. Hier, gibt was Neues bei die Musik? Geht nicht so auf. Hengel-Galke noch nicht. Hengel-Galke noch das Beispiel jetzt noch der B mates. Ich wollte lieber folgende Epic Game pack die beiden nochmal über A-Wettel gehabt. Jetzt kosten die Wegen ja und das ist auch gut Epic Game, dass ich da nochmal drüber nachgegast hab und dass ich die beiden jetzt wieder billiger gemacht hab. Und die beiden bei mir ist dauerhaft so billig. Das ist bis halt das. So, den haben wir hier unten immer noch Güsgrünge, immer noch Güsgrünge, bis es neu, bis wir einen neuen Wehkurs bekommen. Den haben wir jetzt vor 2.200 wie Back. Den haben wir jetzt vor 2.000 wie Back. Den haben wir den vor 1.500 wie Back. Ist ein bisschen Emo-Charakter angelegt. Den haben wir hier vor 1.500 wie Back. Wie ein Back. Den haben wir hier vor 1.500 wie Back gegen Emotes. Den haben wir hier vor 1.800 wie Back gegen Emotes. Und den haben wir hier noch immer noch Gabu Abo-Wachen kaufen kann und den Bette-Pach-Rufen gern kaufen kann. Und ja, liebe Freunde, bis zum nächsten Belgejahr. Wie Back. Hopp. Bis dahin. Ciao. Oder bis zum nächsten Video. Was auch immer ich mache. Die Gewalt ist kaputt. Ciao.